Viele Leute wünschen sich neue Bodytypes in Star Stable und jetzt gibt es was Neues, was Star Stable für uns im Petto hat, was Star Stable für die nähere Zukunft angekündigt hat. Und Star Stable sagt ganz klar, es kommen, was Star Stable hat, viele Leute wünschen sich in Star Stable mehr Gestaltungsoptionen, zum Beispiel neue Körpertypen, Hauttöne und Gesichtsoptionen. Und auf jeden Fall hat Star Stable dazu gesagt, dass sie, bevor sie das alles einfügen werden, neue Sachen in den ganzen Bereichen, arbeiten sie am grafischen Rendering und das möchten sie nämlich erst einmal optimieren und verbessern. Also ich glaube, dazu gehört auch sowas wie zum Beispiel, dass die Emotes alles passen und sowas. Die sagen nämlich, dass das vorhanden sein muss, bevor wir nämlich neue Anpassungsoptionen bekommen werden, weil wir ansonsten deutlich mehr Abstürze und andere Instabilitäten im Spiel bekommen würden. Sie sagen, dass sie diese ganze Anpassung, dieses ganze Optimieren werden sie bis voraussichtlich Ende 2025, also Januar 2025, schon nicht das Jahr, sondern am ersten Monat. Und dann werden sie damit beginnen, neue Anpassungsoptionen für Pferd und Charakter hinzuzufügen. Denn sie möchten im Laufe von Jahre 2025 sollen neue Körpertypen kommen und sie denken derzeit auch darüber nach, ob wir nicht nur neue Körpertypen bekommen, sondern auch Schubregler bekommen. Die Schubregler, die Schubregler, meine Güte, was ein schweres Wort. Schreibt dreimal schnell in Folge Schubregler in die Kommentare. Denn die Schubregler, so ist dieses Wort, die sollen nämlich wahrscheinlich erst in 2.26 kommen. Das heißt, wie sieht jetzt der Plan von Star Stable aus? 2.25, neue Bodytypes, neue Anpassungsoptionen, wahrscheinlich damit dann auch der zweite Accessoire-Slot. Der war ja schon eine ganze Weile geplant, aber wie es aussieht, kommt der jetzt wahrscheinlich erst ab Januar 2025. Denn Anpassungsoptionen für den Charakter sind vermutlich auch solche Sachen wie der zweite Accessoire-Slot. Und in 2.26 dann der Schiebregler. Was ist ein Schiebregler? Dass ihr dann nicht nur Bodytype 1 bis 6 habt, sondern ihr könnt dann jeden einzelnen Teil von eurem Charakter so rechts-links schieben. Und zum Beispiel, wenn ihr euren Charakter halt ein bisschen bemuskelt haben wollt, dann könnt ihr halt den Muskelregler links-rechts schieben. Dann habt ihr dann so dicke Oberarme und sowas in der Art. Oder wenn ihr euren Body schlanker haben wollt, könnt ihr dann den Schubregler für das Gewicht oder für den Körper an sich rohend runter regeln, ohne die anderen Sachen zu beeinflussen. Also könnt ihr dann euren beliebigen eigenen Bodytype erstellen, ohne dass ihr dann eben einen vorgeschriebenen haben wollt. Zum Beispiel ist es dann ganz cool, nämlich, wenn ihr persönlich bei eurem Bodytype, da könnt ihr ja persönlich nämlich ja bisher nicht so viel beeinflussen. Ihr habt teilweise Bodytypes, die eher männlich sind, die dafür aber auch eine richtige Masse teilweise haben. Also die sind dann so sehr bemuskelt in der Art. Und mit dem neuen Schubregler könnt ihr dann nämlich das Ganze so umbasteln, dass es euch passt. Also ihr könnt dann nämlich hier zu eurem Anpassungsoptionen-Ding hier ändern, beim Aussehen ändern. Und dann könnt ihr dort dann nämlich nicht nur euch einen dieser ganzen Bodytypes in der Art machen, sondern ihr könnt dann nämlich auch bestimmen, was ihr haben wollt. Also ihr könnt dann an einem Schubregler nämlich genau daran dann arbeiten. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache und wir können ja das Ganze uns hier einmal anschauen. Und da haben wir ja aktuell so diese mehreren Optionen, die wir haben, nämlich diese ganzen Bodytypes, die ihr hier seht. Und da seht ihr zum Beispiel, dass auch manche, wie der jetzt hier zum Beispiel, deutlich mehr Muskelmasse haben. Und wenn ihr eben so eine Mischung aus diesen ganzen Sachen haben wollt, dann habt ihr da in Zukunft eben dann die Möglichkeit, das zu tun. Mit einem Schubregler, dass ihr eben nicht diese Sachen hier habt. Und ihr könnt dann hier direkt so einfach den Regler bewegen und dann wird euer Charakter eben in der unterschiedlichen Körperpartie dann eben angepasst. Was ich eine ganz coole Sache finde. Also auf jeden Fall ist das eine ganz coole Sache. Ich finde es da ein bisschen schade, dass es so lange dauert, weil zwei Jahre ist schon heavy. Also 2,26 jetzt. Dann hoffe ich halt, dass 2,25 dann wirklich noch so nicht so leer wird. Also aktuell wirkt 2,25 als würde es sehr, sehr leer sein und nur so diese ganzen Lücken auffüllen. Also die ganzen Generation 3 Pferde noch irgendwie updaten. Dann irgendwie so ein paar Anpassungsoptionen. Also bisher wirkt das Jahr 2,24 nicht so erfolgreich. 2,25 hat bisher auch noch nicht so viele Sachen in der Art. Aber eure Meinung dazu wie immer gerne in die Comments. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.